Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist der Wies, Freunde, im heutigen Video zeige ich euch einen neuen XP-Trick, das hier ist der Map-Code, Freunde, achtet auf die Version und dass hier das XP-Zeichen steht, drückt auf Spielen und startet hier dieses private Match. Wichtig, Freunde, falls ihr noch einen kostenlosen Battle Pass haben wollt, lasst gerne ein Like und Abo da, Freunde, aktiviert die Glocke und ganz wichtig, kommentiert euren Epic Games Namen, natürlich alles auf freiwilliger Basis, Freunde, denn ich habe noch irgendwie 25.000 V-Works auf meinem zweiten Account und da haue ich jeden Tag an einen von euch einen Battle Pass raus, also falls ihr Bock habt auf einen kostenfreien Battle Pass, dann könnt ihr das gerne so machen. So, wir starten jetzt auf jeden Fall hier die Map, das ist die New Mythic Free For All Map hier, ihr seht auch schon in Klammern XP, wir können jetzt einfach die Map starten, das ist einer der einfachsten Tricks, wenn nicht sogar der einfachste, den ich bisher gemacht habe, ihr werdet gleich sehen, wie das Ganze geht. Das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, ist einfach nur hier einmal auf Abbrechen zu drücken, hier müssen wir den ganzen Map nicht mehr aktivieren, Freunde, denn wir müssen einfach nur hinter einer dieser Maschinen laufen, das zeige ich euch jetzt auch sofort, wie das funktioniert und dann könnt ihr das Ganze schon aktivieren. Ihr geht zu Each Elimination gleich 5 Gold, hier hinter dieser Maschine und dann findet ihr hier ein Button, wo hinten drauf steht, dann drückt ihr hier E und dann drückt ihr Yes Sir und jetzt fangt ihr an AFK XP zu bekommen, das Ganze dauert, aber ihr kriegt pro Sekunde so circa 1500 XP. Ihr könnt das Ganze auch noch beliebig oft wiederholen, wenn ihr seht, es halt an, einfach die Map neu starten und wenn ihr das Ganze boosten wollt, könnt ihr doch zu der Startung gehen, einfach OGSKIN sowie OG Skin eingeben, drückt auf annehmen, kriegt ihr hier die Explosion, dann startet ihr die Map neu oder macht das davor und dann kriegt ihr mehr XP. Und das war es eigentlich auch schon, Freunde, test das Ganze aus, ihr könnt das beliebig oft wiederholen, solange ihr noch einen XP Boost habt. Ich wünsche euch viel Spaß damit, haut da rein, ciao. Ich wünsche euch viel Spaß damit, ciao.